Sechs Tore, wie war die Stimmung, ganz ehrlich? Im Stadion natürlich überragend. Wir standen dann auch nach dem Spiel vor der Kurve und da hat der Vorsänger, der Kapo von den Ultras oder von den Fans dann auch gesagt, ey, ganz ehrlich, wie geil ist das? Gefühlt haben wir vor ein paar Jahren noch die zweite von Hertha gespielt. Jetzt dürfen wir so einen Sieg feiern. Null Arroganz in diesem Verein, voller Freude nach so einem Spiel.